Guten Morgen, dies ist Tag 17 meiner 21-Tages-Challenge zu Vitamin Grün und du, deine beste Medizin. Heute muss ich mich mal so richtig räkeln und strecken, weil das dem Gleichgewichtssinn gut tut und der allgemeinen Beweglichkeit. Mach mit, tu es auch, kannst es alleine machen, mit Freunden, tolle Geschichte. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien & Service GmbH und wünsche euch einen guten Tag. Bis demnächst, ciao.